Applaus Vielen Dank. Ja, zerzähnt er bestimmt schon. Es ist unglaublich. So will ich nicht gewinnen. Die beiden? Die waren deine Gruppe, ja? Ja, die sind praktisch nicht empfindlich. Der junge Mann im orangen T-Shirt, mit dem sein Vater habe ich mal in meiner Jugendzeit einen Bayerischen Meistertitel gewonnen. Bayerische Jugendmannschaftsmeister. Vor dem Krieg 1968. So alt bist du noch gar nicht. Ich bin 60. Echt jetzt? Ja. Zwar noch nicht lang. Kannst du es in den Jungs losgespielen? Kann ich, ja?